Peter, leute meinen Pfad! Du brauchst noch 137k und ich... 137k Modem jetzt, oder? Ja. Okay. 195 brauch ich. Oh! Na ja gut, da kann man mal wieder Donation vergeben. Da kann man mal Donaten, weißte was. Wie kann es eigentlich sein, dass ich keine Berechtigung habe, für Beschwerde hinzureiche? Keine Ahnung. Ja, das kann jetzt Sinn, weil ich kann es auch. Ja. Beschwerden die nicht abgereicht. Vielleicht hast du zu viel Beschwerde eingereicht. Achso! Ja gut, ich kann also anscheinend so normale User bei den Beschwerden hinreiche. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel versuche bei dem Butzmaster hier zu schreibe, hat gesagt, Beschwerde bringen eh nix, dann geht das nicht. Das ist richtig. Admins kannst du nicht auf dem Beschwerdelicht sitzen. Das ist irgendwie aber nicht gerecht. Ich finde es gut. Ja doch, es geht. Ich hab gerade da jetzt... Ja, geht nicht. Einfach gelohnt. Ja, es geht. Oh nein, geht nicht. Gescheitert an i-Client-Needed-Complain-Power. Ja. Da ist halt keine Beschwerde Power. Aber es spielt keine Rolle. Hauptsache man kann da deine hochladen. Jo. Ich kann schon eigentlich auch deine Reviews oder deine Videos da hochladen. Ja, ist da der Speicher soweit eh... Nö. Oh ja, kann ich trotzdem machen. Ja, okay. Okay. Gut. Oh ja. Mach ich's dann gerade nicht. Alles klar, mach ich's nicht. Ja, also ihr sind jetzt dann wo? Ich, äh, da im Ladebildschirm noch. Okay. In der Lobby halt. Ja, wieso soll ich noch irgendwas nicht hochladen? Ja, wenn du willst, alles nicht hochladen. Oh ja. Dann muss ich mal gucken, was ich nicht finde. Ja, guck mal, was du sonst noch nicht findest. Dann lade ich das dann nicht hoch. Aber nicht, kann ich das auch nicht als E-Mail schicken. Ja. Ich bin wahrscheinlich am geschicktesten. Geschickste oder ungeschickste? Ja, ja, am geschickste wäre das dann. Okay. Geschickste. Ja, Patrick. Hm? Juckst du eigentlich noch? Hm, nö. Ich geb' dir, glaub ich, wieder so Donation für Blende. Ja, die Sache ist der scheiß Post müsste jetzt immer da getriggert werden, dass ich nur freie Bahn habe. Oh geil, da fahrts riecht nur griesenfrei. Das habe ich noch nie hier geredet. Riecht wirklich nur griesfrei. Geil. Macht mich selber ein bisschen scharf, muss ich sagen. Riecht schon ein bisschen hart, ey? Hart wäre er jetzt. Wer? Ja. Mein Schwanz, hab ich gesagt. Himmel. 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 Himmel noch nicht den Boss getriggert. Ja. Und dort ein paar ist die Vorder-Space-Battern schon fort. Ja. Schon alles zusammengerissen. Ah, jetzt kommsch, jetzt gib Gas, gib Gas! Die nächste! So. Du, die Hunderttausend, da fliehe sie. Nicht 6000. Du gibst keine donations mit davon. Ah, Moment. Die fliehe schon, die fliehe schon. Ok, hallo? Hoho, Alter! Direkt nur Screenshot machen! 230.000! Alter, du bist ja glaube ich mit oben dabei! Hohohoho! Alter! 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 Hohohoho! 230.000! Also ganz sauber bist du Anime! Alter, wenn ich jetzt die 5 Millionen in der Hand hab, ne? Ja, dann schneiden wir noch eins! Jo! Hallo! Oh, leck! Ich glaube das höchste, was ich in seinen Patchnotes gelesen habe, wäre glaube ich 245.000! Aber ich weiß nicht, wie man das gekriegt wird! Ah, du warst nicht! Na, Troy! Hat der Geil! 230 Aperillos! Nicht schlecht! Na, ich hab kein Geld mehr übrigens! Ich hab da alles gekriegt schon! Dann wär sicher, wo dran es leid, falls ich nicht die 5 Millionen pack! Jo! Leid am Geld! Leid an mir! Ich stell mich extra hin! Ratlos! Haben sie gleich, wann dein Juke ihn schlägt! Also quasi jetzt! Ich gucke da gar nicht hin! Ich bin oben! Ich nehme oben, der Boss! Ah, da war's! Zeratulio, der macht dir echt ja schade! Ich hab mir mal gesagt, dass ich mir sage! Ich hab mir da auch ein paar Banes im gesammelt! Ich hab's! Also das Nuke Perk da muss man auf jeden Fall mitnehmen! Von Anfang an! Jo! Ich kann da noch mal 5000 geben, aber? Nicht dass da an dem Nukes Anfluss scheitert! Ich begrüße jeder Vollkampf! Ah, noch... Äh, flieh ich oder was? Ah ja, ich fliege. Ich fliege! Ah, jetzt kommt noch die Prodos-Fleet. Jetzt schon! Naja, 4.000er! Oh, ich steh mit in den Weg! Ja, ich steh in der Pani-Lux-Fleet! Ja, ich hab's grad gemerkt, ich geh mal weg! Was sind die Radlosson? Äh... Radlossonse! Oh, noch... noch ein Punkt! Ich hab gleich alles geskillt, außer Nukes! Hey, du vernukest mein Geld! Hä? Vernuket dein Geld? Naja, ich weiß, wer grad verzweifelt mit NRK-Pockert! Ja, aber dann komm schon in die Versuchung, ach, schade zu machen! Ach so? Ne, ne, keine Angst, ich nuket nicht! Aber ich hab kein Geld mehr! 1.700, mehr ist nicht mehr da! Du hast doch noch 40.000, die müssen raus! Was, du noch 40.000? Ja, gut, da kann man was machen, glaub ich! Oh, ne, jetzt fangen die aus im Juge! Oh, leck, das kann doch nicht sinn! So, am Schluss langt's wieder nicht! Ich hab grad eigentlich nicht gepinkt, das hat so 5.000! Naja, aber... Es war mir dann zu blöd, dass der gebockert hat! Ich wollte mit dem Bock machen! Die Tauern sind voll! Er hat nicht mehr drauf geschossen! Nicht, ey, schuss! Warum denn? Nicht, einer! Warum denn? Ich hab mir da auch noch mal groans! Echt, ich hab' da auch schon mal! Es war mir ganz normal. Ja, folgendermaßen witzig eigentlich! Da, so, Bossmäßig, weil da stehen jetzt noch ein paar, und... Oh, ne? Ich bin nur, komm, jetzt auch noch ein paar! Und, da ist es noch immer noch 30.000, ne? Oh, nein, mit! Ne, einfach mit, ne, mit! Einfach mitnehmen, um dass gehen, Alter! Neu, die mit! Neu, einfach mit! Neu, die, einfach mit! Neu. Ah, wollen sie dich hibbeln. Oh, mich holen sie gleich. Oh, da ohne, da ohne. Geil, nee, da muss ich auch noch hin, Junge. Ah, da kommt die erste. Ja, die hole ich noch mit. Da muss ein Nuke da probieren, oder was? Ich bin mal gespannt. Ich muss dann noch links, ohne weiter Nuke noch, ne? Oh, Allah. Ah, 100 Hüse. Ich hatte Wunde. Ach, so. Na gut, du hast anscheinend alle Nuke-Talente, ne? Und noch mal 8, 8, ja. Also hoff. Alter, Nuke da vorne hin, jetzt. Guck mal, was da steht. Von mir, ober und Richtung post. Ja, und jetzt auch noch ober. Multifront Nuke, so. Multifront? Und. Sogenanntes Multifront Nuking. Güte. Ey, grumpier ist AFK. Joowei. Oh, guter du. Jawoll, wieder Zwoni. Haha. Käpt'n Schmauger ist vor allem. Oh, da kommen wieder ein paar Drops. Da rennt man eigentlich die Nova rum. Ah, die steht da vorne wieder drin. Ist auch mutig. Bissel mutig. So, Mutigkeit her, jetzt. Gebt mir nicht. Gebt mir mal ab. Wer hat denn da den Meister? Auf zwölf. Ah, drahtlos, anser. Geht dann aus. Oh, äh, da steht die noch drin. Ja, ich siehs. Jo, ich nöb dir jetzt einfach mal jeden drauf. Jo, nöb noch von uns drin. Jo, das muss passen. Können jetzt Emo zur Reklave, dass wir nochmal neue Einheiten nöben. Geht du was? Friendly Fire, ah, genau 10.000 glatt. Ja, ist gut. Findest. Fast soweit. Wo ist mein Wiedersacher? Schön aus dem Jux rausziehen, ne? Jawohl, rot um. Und so wie die Queens. Oh, da sind die Hybrids dabei. 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 Da Hybrids geben der Abstimmung nur 200.000 glatt. Ah, ne, das ist nicht genug, ne? Nee, das ist nicht genug, ne? Nee, das ist nicht. Oh, die sind 20. Tele gab ich nicht als Boss und Elite. Ich sehe immer so Zentimeterlarven, ne? Oho. Neeee, mein Geld geht halt! Neee! Ich hab noch zwer- 2000, mehr hab ich nicht mehr. Da hab ich 3. Jo, brauch ich! Ich bin da drin. Main Orbital Under Attack. So, weil die Nova geplatzt ist schon wieder. Oh, da kommen Hive Guardians. Yeah! Aber du und Ninyu, wie steht du dabei? Äh... Ninyu, immer noch auf die... Hochheber. Die vergehen sich gerade in der Mothership. Und grinsen in Kapuels. Guck dir so an. Das geht kein Schade einfach. Die grinsen einfach nicht so kaputt. Machen dem kaum Schade. Ich weiß nicht, was die du veranstalten. Wie viele Jux komm du jetzt noch? Das Rohr ist leer. Hast du kein Geld mehr? Richtig. Ich hab nur noch 900, das können wir noch verändern. 1200 hab ich jetzt bitte. was der gerade neun nicht gibt. Lever. Oh, dieses Pottes werden wir uns jetzt gerade gebaut. Das nehmen wir wo noch hin, Jugend. Und es ist nix mehr da. Oh, lecker. Das schmeckt. Einmal da oben, da oben vielleicht noch. Ich weiß noch, ich weiß noch die Plätze. Ja, so ist noch was du musst. Ne, noch nicht, noch nicht. Ich lau grad nie. Du kennst was Sinn. Du gib Gas. Jawohl. So wird geschnert. Uhuhuhuhu. Ah, schon wieder zwei Punkte. Uhuhuhuhu. Oh ne, ich hab nur noch ein wenig gehabt. Nee. Du kannst gleich da wo ich stehe nicht nuken. Ich hab da gerade wieder alles. Ah, 5000. Na aus mit. So direkt wo ich stehe. Direkt wo ich stehe, komm. Willst du nicht nuken oder was? Was kann los? Oh, leck. Willst du nicht nuken? Uhuhuhu. Oh, hopp. Guck mal was da in der Mitte los ist. Willst du nicht nuken? Oh, man. Das war gerade am Ball. Oh, leck. Will auch nicht nuken. Ne, willst du? Oh, ist nicht da. Andere Leute hätten wahrscheinlich gerne nuken. Oh, ey. Gibt's nicht. Fängt er immer weg. Hat er volles Leben und Mana gehabt? Dann ist er an das Ding gegangen. Macht's kein Sinn. Ist er voll drin? Geht das nicht? Katauffelsuppe. Ja. Auf allem haben wir diesmal auch mein komplettes Geld mit vernuket. Also es muss mehr sein wie das letzte. Ich hoff es. Du hast 22.900 Schaden. Ich hab's nicht. Ah. Ich habe 3000 der Killstreak. Ich hab mich verriegt. Und wir haben nicht wesentlich... Wir haben überhaupt nicht länger gebraucht, ne? Wäre genauso lang. Alter desiratul, ne? Den hab ich hoffentlich. Nee. Der wird nicht hoffen. Scheiße. Der wär hochgehen. Der Wichser klaut. Hat 10.000 geklaut. So ein Arschloch. Wie der Wichser. Hoppla. Wie Drecksaubleben. Ich hab mich ein bisschen beim Klicken nur rechts bezogen. Oh, guck mal. Da kommen noch ein paar Hochheber. Ah gut, die handen mich. Aber da passiert nichts. Das war das für ein geiles Geräusch. Die Nu kann perfekt sind da hin, aber die trifft halt nur 4. Das ist nicht meine. Ich hab kein Geld mehr. Ich hab 600. Oh. Findest du die anderen? Jo, ich kann auch hoch machen. Das ist zu schade nicht. Ja. Gut. Ich hab nicht nur Weapon machen. Hast du viel gelernt, wenn ich mich da ausgerutscht? Äh, leck. Ich kann da noch mal 1000, gell? Ah, also Iridate Aura ist das Letzt Talent, wo ich lerne kann. Oh. Fynn. 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 Juxt du grad direkt auf uns? Nee. Lecker ist da vorne. Juxt einfach saudung, irgendwie. Puff. Jedeutritt auf Saus und Geass haben wir gebeten gerade. Mhm, jupp. Hm? Wir haben halt gerade gehört, wie dich einer gelatzt hat können. Umgekehrt. Mich? Ist du die Illidan? Nein, die Illidan ist so verdrucken und er hat er gedrückt. Und dann ist Illidan geplatzt. Wieso will man das her? Man hat's gehört, einfach so, weißt nicht, die Illidan ist einfach so gekehrt, mir das. Hä? Was? Das muss bei mir sein, ehrlich gesagt, weil ich lehrte im Fleisch, oder? So, so, wir hatten mal gesagt, dass ich lehrte. War gerade so laut, warum featen ihr da unten? Macht's gar Sinn? Ich featen nicht, ich lörp. Wir kommen viel Knall an mir an. Ja, ich weiß, warum kämpfen wir? Gehen doch einfach weg. Ich kämpf nicht. Hau einfach ab. Ich bin der Heiler, ich muss im Notfall featen. Naja, macht gar Sinn, hauen einfach ab. Ich bin der Heiler. Immer der Heiler. Wie schnell ist das bei einem Monk für 20? Na? Das ist mein letztes Spiel für immer. Hä 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 hä. Wo bitte? Mit dem Char. Achso. Wer ist das Char? Ja. 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 Also schnell, schnell, doch. Juhu. Ahja, das ist mein letztes Spiel. Achso, wieso. Was wird der Leiterin? C. C? Ja. Mach das mal. Nein, hau genug. Der hat mir nicht auf C, oder? Habe ich schon noch nie geschnettt. Okay. Also so kommt was vor. Habe ich schon noch nie geschnettt. Okay. Ich habe nämlich, ich finde es erstaunlich als bei mir, dass ich so seit, also als Helde wie der Sergeant Hammer habe ich nur auf 8. Juck noch die Base zusammen. Tja, geh nicht mehr. Sie bauen. Jetzt wäre ich hochgehobt. Eigentlich hast du Geld. Jetzt habe ich Geld. Du hast 10.000 vorneweg. Ah. Nicht mal du. Hm. Hallo. Ja, ich warte bis das Hörer-Ellen geht. Ahja. Das Manner wäre jetzt mittlerweile gleich wieder leer. Ich glaube nur 8.000. Geil wie ein Ste... Oh, jetzt ist er drin. Jetzt geht's los ey. Können wir es natürlich noch künchtlich in die Lenk ziehen. Ja, können wir machen. Weil die sind die letzte Hive nicht. Geil. Juck einfach die ganze Base zusammen noch. Ah nein, die kommen scheiße. Da oben waren noch 2 Hive. Da hab ich gerade nur noch drauf genügt. Ich nug jede vorne hin. Also, willst du mal einer abgeben? Deine 3.50, 4.50? Ich? Jawohl, die 19.000. Ja, da hat er uns abgebast. Das wäre toll, guck dir na an. Ich nug doch dich. Jo. Warte schon. Ich geh einfach zu und schieße. Wissen die ist Bock? Kann mir kein Schaden machen. Wir müssen ja Bock an. Erfahrung darüber? Kennt man doch. Raucher, ja. Ich geh sie hole. Ah, aber dann fiete die. Dann sagen wir soll rausgehen. Gehen raus. Habs noch gesagt. Wissen sie gehen. Oh, jetzt bin ich auch noch auf jeden Fall. Oh, jetzt sind wir ausladen, da haben wir für jede. Ohne, ohne was gefehlt. Mensch, die haben gesagt gerade, der hat 60, oder? Perfekt, ich habe eine Runde geklopft, du hast nicht zusammen genug. Wie gesagt. Der ist tot. Der hat den Bock. Der ist tot. Na, er ist tot. Der lebt. Er ist tot. Ja, er ist tot, hast recht. Bin ich mal gespannt, 5,2 Millionen sind zumindest. Ich bin drin, ich habe jetzt die. Ja, egal. Hallo. Hallo. Ja. Wache, Screechot. Wache, nein. Ich weiß, dass wir alle raus sind. Ja. 6,4. Ja, schlecht. Ich habe 60. Ah, die sind so. 6,4. Ich gebe es gewesen. Oh. Hören wir mal kurz. 1. 6,4 Millionen. Geben wir ab. Fest Nuk. 230.000. Also du hast mit deiner Ender Nuke mehr als die Hälfte vom Schade von Ceratun seine 48 gemacht. Ich habe hier nichts. Es gibt gerade schon was. Oh, leck. Perfektes Schnapp. Also, ich weiß nur, ruhig, du musst die Darmel nuken. Okay, ja. Haben ich's gefräen? Oh, da ist der Panzer. Irgendwo ist der Panzer. Irgendwo ist der Panzer. gemacht, ja? Alles klar. Jetzt müssen die Sieber her. Boah. Na ja. Sieber müssen schon her. G, M, G. Fest. Na ja, das ist der eigentliche Name von Herrn Maasern. Also, du müsstest mich nur vorstellen in der Truffkule, buchen das Ding. Das mach ich noch. Okay. Hahahaha. 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 Jetzt werde ich die Dicke rausgeholt und Vollgas geben. Und dann tust du das vorher noch auf Hochglanz ausdrücken, dass du es dann noch über das Bett hängen kannst? Entschuldigung? Ne, ich tu mir das extra inlaminiere, dann kann ich sogar drauf ejakulieren. Boah, geil! Okay. Bei dem Glück ist man so viel in beiden, das macht schon Geld. Ja, das mache ich mal gewünscht wie ein Grundbild, ja. Der ist halt so gesteht. Hahaha. Da haben wir so ein Nuke probiert. Da haben wir so ein Nuke probiert. Ja, vor allem wenn wir wirklich alles Geld ver-nuket, was wir gehabt haben. Nuke. Ja, ich glaube sogar gerade so nicht gewünscht. Nein, nicht ganz. Aber der fehlt. Damit sich der Schuble ist von... Ja, guck. Ne, geil! Dann machen wir doch mal. Drei Stunden Replay für ein paar Sachen. Ich hab viel zu viel. Da hätte ich richtig Bock. Was? Oder was nennen die damit alle da? Das, was da online da... Hier im Google. Ganz offen. Beim Scorespring steht. Da mit hier Replays online und dann den Link. Ich hätte da schon jetzt Bock, was da Replays bekommen hat. Nee, das ist, wenn du einen Rekord packst zum Beispiel. Wenn du auf Mendel unter einer Stunde oder so durchkommst, dass du das da als Beweis hochschickst. Die Schlachtgeber vor. Was die noch? Das sind halt so die pechten Bilder, die es jemals sofort ver-kackert hat. Hahaha. Wenn du das Bild siehst, muss ich jedes Mal lachen. Hahaha. Du schaffst dein Telefon hier rein in ihn. Hahaha. Krieg mal nen. Uhhh. Hahaha. Hahaha. Na, ich nehme Arsch. Fertig. Hahaha. Ende. Mehr brauch ich nicht. Und wie hätt ich dir das Bild gemacht? Wahrscheinlich sei frau. Hm, na ja. Oder? Sei Ficker. Hahaha. Das ist genau Sinn, ja. Dass er ihm das Ding hin und ihm geschafft hat. Hahaha. Oh, da ist diesen so drin. Vor allem hat er noch gesagt, oh wacht, gleich dringe ich in dich ein. Na, da hat er das Telefon genommen. BAM! Hahaha. Ja, haben wir den Telefon hier rein in ihn geschafft. Hm. Du hast gleich gehört. Brauch ich nicht. TÜH! Hahaha. Ich bin durch. Einfach Emo hat geknallt. Hahaha. Also ich schau immer noch das Bild durch und guck mir jetzt die ganzen Zahlen genauer an. Hahaha. Hahaha. Du ländst auswendig. An Cap Crab Patrol. Heikes Guide. Aha. Heikes Guide? Nämlich das, wo die Minigun überall drauf ist, dann tater schon. Ja. Dann nice guide. Nämlich die Minigun. Rödel. Fertig. Hahaha. Hahaha. Nämlich die Minigun. Rödel. Fertig. Hahaha. Hahaha. Oh mein Mist kennt das jetzt noch extremer Maren, ne? Huh? Noch extremer? Dann. Okay. Wir definieren das jetzt noch ein bisschen. Maren, das selbe jetzt in inferno. Hahaha. Do come you. Noch mehr. Wisch? Jo. Warum nicht? Gön wir mal. Hahaha. Aber das ist unser Tyrael. Wer spritzt? Hahaha. Nämlich. Okay. Oh. Haha. Ja. Oh. Ja. Ah. 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 Na gut. Ich ja kein Dopplerwitz in der Signal gerade. Ja. Ein guter. Äh. 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 Ah. Wie schmeckt's? Hä? Oh. Hallo. Hm. Mama, können wir das auch? Hahaha. Alter. Jetzt geht's grad ab. Okay. Hallo. Ja. Servus. Hallo. Oh oh. Ja. Ja. Was ist eigentlich? Ja. Oh. 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 Ja. 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 Es ist ein Doku. Ja. 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 Ich begrüße jede Prüfung, das heiligt unser Vor. Benner? Ja? Habe ich da gerade das Geräusch von der MH ist gekehrt? Ja. Echt? Ja, C-Putze ist eindeutig das Indiz für er heißt. Ich hätte nämlich auch Bock. Ok. Ja, du brauchst ihn erreicht ja. Nein, ich habe das selber wie du und es läuft perfekt. Mit Aufnahmen und Stream merkst du kein Ding, kein Ruckler. Nein, dann bin ich da drin. Ich sehe nichts. So was? Heißt jetzt oder was? So heißt? Heißt würde ich mal. Ja, dann auf. Ne, ne, ne. Oh, renne gerade alle weg. Dann halte ich alles. Oh ja, du hast auch Interesse. Nicht die Kahl zu werden. Perfekt. Ja, ja, ja. Die Schlacht steht fest. Oh, das Hasada erlapt noch. Was hat der jetzt vor? Mit so einem kranken Damage? Keine Ahnung. Na, ich mach ja schon einen Verrückbar. Moment. Hasada könnte ich eventuell töten, aber dann wäre ich gleich A tot. Oh, jemand ist Freude weg, soll von mir aus. Nicht an sie. Hallo? Ja, hallo. Töten. Wohl. So, mach mal so. Ähm. Der will geheilt werden. Ich will geheilt werden. Warte, warte. Ich hab Wencher wie du. Und ich hab Blink. Wencher. Wo ist denn der Heimer? Machen wir's halt fertig, ne? Ja, heile tue ich aber nicht mehr. Ja, okay. Also, das geht jetzt. Ja, ich weiß. Machen wir's halt fertig. Wenn du mich 150% loscht, dann habe ich mehr S-Hack-Speed. Ja, okay. Kehr heißt jetzt, oder was? Okay. Na gut, wenn der Kehr heißt jetzt mehr, willst du... Wie? Lass mal's halt. Verstehe das nicht. Willst du mir da damit sagen? Kehr heißt jetzt mehr, oder was? Willst du nicht? Heißt, das mache ich immer gern. Ja, dann hin. Was denn los? Ah ja. Level C hätte ich jetzt, ne?